Heya und herzlich willkommen zu einem weiteren Speedball. Ja, und dieses Mal wieder ein Bild für Chris, wer hätt's auch gedacht. Und zwar entstand dieses Bild in Folge eines Livestreams, in denen ich mich mit der Horror-Crew unterhalten habe. Und ja, die Idee war eigentlich ein Chris zu meinen, der gerade am zocken ist und sich erschreckt. Und genau das habe ich hier auch gemacht. Und ja, ich würde sagen, schaut's euch doch einfach an und lasst doch vielleicht mal einen Kommentar da, wenn's euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.